Whoa Hi und heute ein Minecraft Lets play Ich spiele heute auch einen ROM Evangelver ... ähm ... wie heißt es. witch Ähm eigentlich einer meiner ersten Male Ich sortier mir einfach hardlywegs ...NS denk dass es so passt was für ein billiges kind nicht so gut die leute gehen verpüßt sich doch jetzt mal leg doch mal zusammen ja komm du bist so ein pro jünger bist du da übertrieben und pro war du möchtest komm, go, go ja, du musst fressen, geil, ich hoffe nicht komm ja, wird das weh komm, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch, schaut, so leute, hasse ich, ich bin auf Karte, dann kreif sie dich an, dann kommst du kaum, ich komm, bis zu kurz mal und nein, ja, und dann rennt sie weg aber das kann ich mir nicht mehr das geht das geht das mal naja, potzenkopf komm mit ich bin ich bin ich bin ja, ich bin das das ich bin ich bin ich bin er Soll ich das. Ehm... ...debt Kekse. Hallo? Echt Kekse? Kostüm. Frisch gebacken. So! Ah! Ich habe frisch gebackene Kekse. Hehe, ich liebe die Nähe. Hier ist keiner. Hier ist der lieb frisch gebackene Kekse. Ich habe gedacht. Oh mein Gott! Lass mich! Nein! Los, ich bin... Geht doch! Nein, ich bin dort! Scheiße! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das geht gar nicht. Der also, äh... ihr habt verkackt und ich sag jetzt einfach mal sagen wir gönnen uns jetzt einfach mal eine Runde was gibt's nun? was ist das? egal tun wir einfach mal Holzschmau zacken mh da ist was drin oh man 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 ok ja, das nennt nix, ok, scheiße ähm, klar, jetzt spielen wir einfach ne neue Runde ich hab jetzt erst gerade überlegt, hab ich einfach den ersten Abschnitt das ist einfach mal rauszulassen aber warum, ich hab jetzt trotzdem gespielt und ähm, jetzt kommt einfach mal noch ne Runde Weitschmau, wie schon gesagt ähm, wenn euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal ähm, es sagt auch euren Freunden weiter von meinem Kanal ähm, weil es hat euch die Probleme bekannt zu werden ich hab schon mal bei manchen Videos bemerkt, dass es hauptsächlich an die Beschreibung liegt ich weiß aber nicht, was du an die Beschreibung brauchst ähm, es ist schon so arscher nachher, dass ich das gelöst vermiedet habe was? das ist ne Haarpack was? das ist ne Haarpack extra, extra, lalalalala man man man, wie kann man nur was, ach so egal was? diese habe ich wieder was achtt business was hype was ole was was wargum der hier Warum, zur heiligen Scheiße, bin ich gerade so scheiße schlecht? Ja! Alles klar, kann man ja auch mal machen. Fick dein Leben, komm! Ha! Puh, jetzt renne ich nur noch mal weg. Ja! Weg doch! Komm, töt mich! Ja, ihr schneller! Ich will spielen! Die Sterne! Fing ich... Ah, ja, komm! Warte ich nicht! Ja! Ich bin geschwächt, ich kann auch mal ruckglied schreiben. Scheiße! Man merkt dass er quasi raus kaff- 2016 начiap mal wie es hier ist hae? HEH he Depression bro Lol Ik denk, da ist rund liczbar ein hat tausend Pfeil in seinem Klapper Juhuuuu Verloren JuHuu JuHuu JuHu JuHu JuHuu das freut mich zu ich hätte gern in den Gehren konnte ich beschrieben habe aber immer gern er ist ein Hacker Rücken ein ein ich bin zu sagen das was wird mein Video wenn es euch gefallen hat lasst ihr immer einen Daumen nach oben da schreibt in die Kommentare was ich besser machen kann wo ich was besser machen kann ähm abonniert natürlich meinen Kanal ich mache euch ähm da oben so ein kleines Kästchen in da kommt dann zum Beispiel ein Ding eine kleine Aufmerksamkeit dass ihr bitte mal meinen Kanal abonnieren solltet wäre voll cool von euch ähm erzählt euch an Freunden weiter von meinem Kanal